Der super Samstagsfilm. Du fängst Freitag an. Um 23 Uhr bist du da, da wird's langsam vor. Alles klar. Die Bar ist ihre Bühne. Die Theke ihr Laufsteg. Du musst die drin so aussehen, als ob du zu haben wärst. Aber die darfst niemals zu haben sein. Verstoß dagegen und du kriegst sofort raus, klar? Diese Crew bringt die Stimmung zum Kochen und die Herzen zum Schmerzen. Hast du ihre Gesichter gesehen? Ich meine, wow. Die waren alle verrückt nach dir, Süße. Willkommen in New Yorks heißester Bar. Coyote Ugly. Heute um 20.15 Uhr.